Herzlich Willkommen! Ich bin jetzt der Esser, legen wir los. Wir machen jetzt mal direkt weiter hier. Habe nur... ...Nobend... ...nochmal... So, ich hab mir... Hallo. Ich hab mir jetzt gerade noch ein wenig was... ...in die Haut gekippt, damit ich wieder... ...flüssig reden kann. Sonst kriegst du immer so ein paar Maule. Gut, auf jeden Fall... ...schnappen. Ey, die Aussicht, die ist so wunderbar. Oh, die Aussicht! Echt! Ich glaube, ich hänge da ein Bild hin. So. Auf jeden Fall hol ich uns jetzt ein paar Bäumchen ab. Die müssen jetzt eigentlich recht schön nachgewachsen sein. Ich geh mal grad gucken. Gucken! Oh ja. Schön, 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 schön. Gut, meine Axt habe ich hier. Und dann geht's ab dafür. Halt. Ich beleuchte das hier oben erst noch ein bisschen, sonst baut hier wieder die komplette Bühne... ...de Bühne vor. Ach ja. Gut, bloß wenn man was getrunken hat, hat man nicht besser die Sprache generell drauf, was ich hier gerade schon merke. Naja... Wenn man sich nicht entscheiden kann, wie hoch man die Fackeln hängt. So. Äh, funktioniert F7 hier. Mal schnell rausgucken. Sind da irgendwo rote Kreuzchen am Boden oder so? Scheint mir nicht so. Scheint mir nicht so. Ist der Mod wohl nicht drauf? Naja. Was will sie machen? Na, kann sie machen nix. Blup. Blup. So. So. Gut. Na, so viel ist er noch nicht gewachsen. Ich hatte mir ein wenig mehr erhofft. Aber es reicht. Einmal das. Dann... Kann man den nicht eigentlich auch so einstellen, dass der direkt nachpflanzt? Hätte ich jetzt eigentlich gedacht. So, dann nix. Und den hier noch. Warum gehen die dann eigentlich nicht in den NTS rein? Verstelle ich nicht. Kann man sich dafür besser verständigen. Aus meinem Team ist halt gerade keine da, ne? Nur die Weißen. Und deshalb, ja. Ein, der Mund allein. Bin ich hier. Ich höre dich doch. Okay, also dieses hier macht zwölf. Und wie viel macht das hier? Komm her. Test Subjekt. Acht. Okay. Dann ist das hier besser. Und das ist eigentlich... Eigentlich ist es billiger. So einen Meteoriten hast du ja gleich mal weggeklippelt. Naja. Sei so. Habe ich auch noch ein recht gutes Schwert. Ich möchte mich deshalb nicht beschweren. Mit dem Texturenpack nervt mich aber nach wie vor. Die sind blöden rumgepatcht, damit sie immer dafür läuft. Dann läuft sie da nicht. Und was weiß ich. Dann kackt die da Minecraft ab. Alles nicht so einfach. Ab gut. Die Flasche was hier noch stehen. Zum Glück. Weil irgendwie fängt schon wieder an, dass hier mein Mund so... Nnnnnn. Nnnnnn. Nnnn. Nnnn. Nnnnn. Nnn.nn.nnn.nn. Die rennen ja schon mit Stäben rum, die haben noch heute erst angefangen oder gestern oder irgend sowas. Naja. Ja, was haltet ihr davon? Also ich finde das eigentlich echt nett. Mir gefällt das. Vielleicht da hinten noch ein bisschen zuziehen. Und ja. Dann solltet ihr es doch besser passen. Wie kommen wir da jetzt am Blitzen eigentlich hin? Boah, ich bin die ganze Zeit verdutzt, weil ich da so halb paradisiert den Chat lese und mich nicht um meine eigenen Sachen kümmere. So, warte mal. Wie klatschen wir das jetzt? Nehmen wir die Erde oder machen wir das hier mit Holz gerade dicht? Na, kommen wir mit Holz. Habe ich hier gerade dabei. Also, ne. Und damit, der tauscht ein Ender Giant Sword gegen... Ach, so ein Depp, das geht ja gar nicht. Äh, sondern so ein Ender Giant Sword gegen den Choco. Wo ist doch Hirni? Hirni, 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 Hirni. Okay, Planänderung. Da ich das hier schon oben mit diesem abgedingelsten Holz gemacht habe, tragen wir hier den... Ne, warte mal, das lassen wir hier. Diese Schicht lassen wir. Aber das hier machen wir weg. Aber das hier stört dann auch noch. Okay. Ja, so passt das. Dann kommt hier das Holz hinein. Und da noch Holz. Und das da weg. Ziehen wir das hier noch schön zu. Und dann kriegt das auch langsam alles hier ein Gesicht. Will ich da eigentlich nochmal durchkommen oder kann ich das zumachen? Nein, mal sehen. Äh, warte mal. Da muss der Block noch rein, ne? 34 ist jetzt auch nicht unbedingt die Welt. Aber ich denke, für unser Vorhaben heute reicht's. Also, das ist schon mal der erste. Und der zweite wird es natürlich böse, ne? Der zweite wird böse. Das ist noch ein bisschen zu treffen. Der hier. Ich will zum Beispiel hoffen, habe keinen Bock das ganze Ding wieder runter abzubauen. Ein Scheibenkleister. Ah ja, so klar, ey. Und dann hier hoch. Die, 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 die. So. Dann kommt das hier nochmal schnell weg, damit ich da durchkomme und nicht wieder runterhüpfen muss. So. Alter, 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 Alter. So. Äh, Dingens hier. Fackel, fackel. Da fackel. Fackel an der Wand. So. Ähm. Mach ich hier dann vielleicht noch eine, 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 eine kleine, eine Siedskruppe, ne? Eine Siedskruppe, ne? So, Siedskruppe. Sieht doch noch ein bisschen erbärmlich aus. Aber naja. Äh. Und eine Tür brauchen wir natürlich. Boop. Wooden Door. Och, das hat doch was. Also ich find's schön. Ich mag das. Hm. Da muss ich mir noch irgendwas mit dem Dach überlegen, ob ich dazu noch erstmal eine Etage hochziehe. Würde ich aber fast vorschlagen. Mit welchem Holz machen wir das dann? Wenn das Holz von da drüben ist, ist es eigentlich pink. Das möchte ich nicht nehmen. Also dieses Eukalyptusholz, was da hinten so Bäume hat. Ich könnte aber mal sehen, was da noch so viele Möglichkeiten gäbe. So, erstmal das Feld wieder ein wenig bestellen. Damit wir da nicht irgendwann mehr Nahrungsprobleme haben. Ich wundere, warum die Fackel hier steht. Es ist damit das Eis da unten nicht zusammengefrierter, wie wir in so einem schnellen Schneebium sind. Und das kann sehr schnell passieren. Kartoffeln habe ich eigentlich noch einen ganzen Haufen. Naja, das lassen wir erstmal gut sein. 25 Stück sollten reichen. Dick, 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 dick. So. Ne, eigentlich gar so viele Fackeln. Daraus kann man sich, glaube ich, Rüstung und sowas bauen. So eine Schokobo-Rüstung. Keine Ahnung, was die bringt. Ein Glasdäschlein. Was für ein Teppich, Alter. Kein Bewohner. Das war Place, altes Gebäude. Dann geht's hier hoch. Talent. Okay. Die sind doch eigentlich alle viel mehr am Aufnehmen als ich. Warum bauen die denn nicht irgendwas Schönes? Ein weibliches Chokobo. Erkennt man an den bunten Federn. So. Also ich will ja jetzt das nicht hier irgendwie angeben oder so. Aber meins sieht irgendwie am meisten ausgebaut aus. Die anderen sind irgendwie so typisch Village-mäßig. Und ich meine, ich ziehe jetzt hier noch eine komplette Etage drauf. Okay, wie viel Holz habe ich? Ich habe 15. Daaus würde ich einen Stack rauskriegen. Kriege ich dann um Rannung hin? Wahrscheinlich. Nein. Will ich das aus diesem Vorlog machen? Ähm. Nein. Eieiei. Man mag ja von Homosexualität halten, was man will, aber... Naja. Ein Kind kommt definitiv nicht dabei hinaus, ne? Das ist aber trotzdem eine Top-Frage einfach. Ah, Mann. So. Ihr seid so fertig. So, da habe ich meine kleine Sitzgruppe hier. Kondom. Lol. Ich werde es dann mal nicht mein wahres Alter hineinschreiben. So. Mal sehen. Äh. Ich brauche noch irgendwie eine Art Treppe hier hoch. Ich will dieses Kack... Ach. Ich habe da wahrscheinlich nichts anderes übrig, weil ich kein anderes Baumaterial gerade zur Hand habe. Naja. So. Bap. Eigentlich mag ich diese Holzart nicht. Reicht das überhaupt jetzt noch oben? Zack. Nein, es reicht nicht. Ich weiß nicht, dass ich das hier hinten ja am meisten anbieten. So eine Art Treppe. Hm, hm. Hm, hm. Habe ich hier noch mal das und das. Wir wandeln das mal um. Die Loks wollte ich jetzt immer noch nicht alle machen. Kriegt man bei weitem nicht so häufig wie die anderen. So. Dann ist aber... Äh. Das ist doch auch blöd. Mach ich das Fenster hier so und das wollte ich eigentlich verhalten, weil das ist ja eine schöne Aussicht. Das ist hier hinten eigentlich somit die schlechteste Aussicht. Überlegen, überlegen, überlegen. Was ist da mitten rein als Raum drin? Da müsste ich eigentlich zwei hier. So. Das ist hier doch auch wieder Ausweg gewollt und nicht gekonnt, oder? Hm. Diese blöden Treppen. Ich mag Treppen nicht. Also ich habe jetzt nichts persönlich gegen Treppen. So eine Treppenphobie oder sowas, aber sie sind kacke zu bauen. Hm. Ich glaube, das gehört Treppen. Ich glaube, das ist doch doof. So. Dann das hier noch. Kann man das so lassen, oder wie sieht das schrambelig aus? Ist halt hier so ein Riesenblock seltsam, wenn Holz ist drinnen. Hm. Oder? Ich meine, da ist ja eh nur ein Baum davor. Wenn ich da, wenn ich da hier so rauskommen wollte, dann müsste ich einmal, nein, der Axt, einmal da hin. Einmal da hin, einmal da hin, einmal da hin. Okay, jetzt dann noch einmal nach hinten versetzen, damit wir hier noch sowas machen können. So, dann kommen wir hier nämlich noch durch, dann machen wir das hier so zu. Ja, gewinne jetzt auch nicht den ersten Preis, aber ich will jetzt einfach erstmal eine Treppe haben, ne? Kommt der ganze Schmarrn hier nochmal weg. Dann kommen wir hier so ums weg und dann hier doppelt hinauf. Und dann da so und jo. Und dann wird die Decke hier um eins niedriger gemacht. Dieses Fenster kann dann... ...so einem schmalen hier werden. Dann haben wir noch einen kleinen Ausguck. Kommt er noch durch und kommt hier hoch. Ja, komm, das lassen wir jetzt einfach so. Das lassen wir jetzt einfach so. Ich bocke mir noch mit der blöden Treppe hier noch lange rum zu eiern. Kommt jetzt das Dach drauf und ob gut ist. So. Oben bleiben, Junge. So. Okay. Und ab dafür. Da kriegen wir doch richtig was gepacken jetzt. So, aber die nächste Etage fangen wir in der nächsten Folge an. Ich bedanke mich herzlich für euer Zuschauer und wünsche euch einen wunderschönen Tag und eine wunderschöne Woche. Bis dahin. Ciao. Servusle. Servusle.